juhu und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem kanal meine lieben heute geht es wieder in der reihe weiter 1000 fragen an dich selbst und wir sind schon relativ weit nämlich heute teil 20 hier fahren schon wieder motorräder ohne ende durch 1000 fragen an dich selbst teil 20 und fangen wir einfach mal an mit frage 401 was isst du am liebsten wenn du frustriert bist gottchen also ich glaube die meisten würden sagen schuladen aber das geht mir eigentlich nicht so wenn ich frustriert bin eigentlich ist ich dann nicht wenn ich frustriert bin früher habe ich immer viel geraucht ja ich habe viel geraucht aber wenn ich frustriert bin also ich bin da jetzt nicht jemand wo ich sage dann habe ich mir mal aber mal richtig ein rein also da habe ich irgendwie nix auch keine schokolade auch keine böse nein fragen 402 hast du mal etwas übernatürlich außer oder unerklär mein gott etwas über natürliches oder unerklärliches erlebt ja da waren wir kinder als kinder macht man ja oft blöd sind und ich sag euch eins wir waren bei meiner besten freundin im keller damals war auch meine nachbarin und so und da haben wir auch irgendwie glaube ich zu jungs abgehalten oder so im dunkeln und dann habe ich irgendwie gesehen dass bei irgendeiner kopf bei irgendeiner bei irgendjemand fehlt auf einmal jemand der kopf war nicht so angenehm da war der kopf weg und als dann das licht ausgemacht haben hat die glühbirne also die die hat so gewackelt und wir sind alle rausgelaufen aus dem keller ja dann kannst du dich noch daran erinnern falls du zuguckst das war für mich übernatürlich ja wenn ich so an jetzt denke und die filme und so wer weiß vielleicht hat mal klein tobi da das war so das einzige eigentlich sonst sonst nichts nehmen gut wir haben immer gedacht früher als wir beim beim üben waren wir waren immer frei also freitags war immer übungsstunde bei uns vom spielmann zug und dann waren wir halt unten im keller der realschule und wenn wir dann abends hoch kamen und da war dann alles voller sterne und so haben wir ja dann auch immer außerirdische gesehen ja ja die miteinander raus schiff gekommen sind wie funktioniert das ich kann das nicht ja so frage 403 welche herausforderung musst du noch bestehen die herausforderung im leben ruhiger zu werden david sagt immer nimm deine vitamin d tabletten ja das muss ich ich gehe mal hoch wie ein zäpfchen ja das ist so die herausforderung werden ruhiger im leben aber ob das noch funktioniert ich weiß nicht es bringt mich aber auch leute immer oft genug auf die palme da ist es auch noch mal und dann ja gehe ich halt ab wie schmitz katze so frage 404 wer hat dich in deinem leben am meisten beeinflusst negativ oder positiv am meisten beeinflusst ja da wird jetzt damit sagen meine mutter hat mich am meisten beeinflusst aber das war nicht positiv warum mich jetzt schon wieder dunkel das war eher negativ positiv beeinflusst hat mich eigentlich immer david auch ja gerade in dieser situation wo wir uns befunden haben als monique geboren wurde ja aber so negativ ja mach mal die nächste frage ist besser frage 405 was ist kleines glück für dich ja das habe ich vor das kann sich keiner glaube ich vorstellen kleines glück für mich ist weil wir hatten sonst immer nur ein auto ne david hatte sein auto oder besser wir haben unser auto gehabt und meine eltern noch hier gewohnt haben wir halt auch deren auto gehabt ich musste oft genug zu kreuze kriechen und fragen kriege ich denn mal das auto warum wofür weshalb wie dem bla ne oder wenn ich dann aus dem haus gegangen bin wo willst du nicht schon wieder hin und so was alle jupp und jetzt ist für mich kleines glück ich habe mein eigenes auto und ihr glaubt nicht für mich ist kleines glück mich in dieses schnuckige kleine auto zu setzen wo hinten schminkieeis draufsteht und einen ort weiter zu fahren nach rossbahn ohne mich erklären zu müssen ohne mich irgendjemand erklären zu müssen wo gehst du hin wann kommst du wieder warum gehst du dahin wie viel geld hast du ausgegeben muss das jetzt schon wieder sein blablabla das ist für mich kleines glück man glaubt doch nicht das ist für mich kleines glück das ist so leben in freiheit ja das ist verrückt aber es ist so frage 406 tust du manchmal etwas aus mitleid ja leider zu oft und was passiert dann zu oft ich falle auf die schnauze ja aber man lernt ja daraus also sollte man annehmen und da bin ich echt mal auch jetzt habe ich auch den kaffee auf jetzt ist da auch schluss mit lustig ähm ne doch noch alle bleiben weil der pfeffer wächst dann mir egal ja es ist manchmal so ne da kannst du echt was willst du da noch ich muss mal eben hier ein bisschen Handcreme nehmen ne was willst du da noch ne ne ich habe so viel aus mein Gott was ist hier los ne so viel aus mitleid dann auch gemacht und geholfen und getan und tralala und nö mag ich nicht mehr du bist dann ausgenommen wie eine weihnachtsgans über dich wird schlecht gesprochen und äh Sachen gesprochen die du wahrscheinlich irgendwie gar nicht gemacht hast und ach ne komm das stecken ehrlich schon so oft auf die schnauze geflogen so Frage 407 wann hast du zuletzt einen Abend lang nur gespielt ah das war Silvester obwohl da haben wir nicht nur gespielt aber aber viel ich glaube sonst nicht boah ne ich komm gar nicht mehr zum spielen wir haben ja wirklich wir sind eine Videospielfamilie Monika Videospiele in ihrem Zimmer ohne Ende wir haben die Switch wir haben ach NES Super Nintendo äh 3DS DS Gameboy Advance ähm ähm Wii Wii U Switch also wir haben genug zum Spielen aber ich komme im Moment nicht dazu A hab ich äh viel auf viel Arbeit hier zu Hause und auf Arbeit und äh ja ich hab halt mein Hobby hier und das ist mein YouTube Kanal und da stecke ich viel Liebe viel Zeit rein deswegen spielen meistens nicht und wenn wir etwas Zeit haben dann fahren wir meistens irgendwo hin und haben einfach mal einen schönen Abend jupp ähm ähm Frage 408 bist du gut in deinem Beruf? also ich hab ja Fleischreiffachverkäuferin gelernt und ich muss echt sagen ähm ähm Eigenlob stinkt ja aber das ist egal ich finde ich hab meine Arbeit immer sehr gut gemacht ich war im zweiten Lehrjahr schon quasi hab ich den Laden mit meiner Kollegin geschmissen die im dritten Lehrjahr war wenn unsere Ausbilderin im Urlaub war also ich glaube so schlecht könnte ich nicht gewesen sein und ähm ähm ich war sehr ich fand ich war sehr gut in meinem Beruf ja also ich hab jetzt auch zu meiner Kollegin auf der Arbeit jetzt gesagt ich arbeite ja jetzt beim Beruf aus dem Tiefkühllager und ich bin jetzt nicht die schnellste und man macht auch Fehler aber das machen andere auch wir sind ja nur Menschen und ähm da bin ich jetzt nicht die Beste aber ich finde ich mach meine Arbeit da gut bei minus 24 Grad und ja sie macht mir Spaß und ich hab jetzt auch meine Kollegen gesagt ich so ich weiß ja komm ich mach es dann selber hab ich dann mach ich es lieber selber hab ich gesagt ich so das ist wie früher in der Lehre wenn die die unter mir kam ähm nicht vernünftig fegen konnte weil es runde Ecken ne oh mein Gott hab ich gesagt komm gib den Besen mach ich selbst dann weiß ich wen es ist vernünftig gemacht und es ist heute noch gemacht und nicht erst äh in drei Tagen ob die das dann wahrscheinlich extra gemacht haben genau wie ein Klotz kratzen immer so ein Klotz auf der Arbeit gehabt wo wir unsere Koteletts gehackt haben mit dem Hackebeil und so und das musste ja abends abgekratzt werden und wenn ich dann gesehen habe wie andere das machen meine Arbeitskollegen äh meine Ausbildung hat immer gesagt komm Steffi kratzt du mal den Klotz da gibt es stramme Arme dicke Brust ich hab blaue Flecken jetzt wisst ihr auch stramme Arme dicke Brust woher die kommen vom Klotz kratzen da hab ich auch immer tausend Mal gesehen komm ey dann mach ich lieber selber ne schnarche ich Nasen manchmal jo Frage 409 wen bewunderst du? äh manchmal mich selbst wie ich das alles oder uns besser gesagt David und mich wie wir das alles so in den 20 Jahren geschafft und gepackt haben ja ich bewundere jeden der ein besonderes Kind hat der ein krankes Kind hat dem da kann man nur den Hut vorziehen und bewundern was da für Arbeit hinter steckt für Leid hinter steckt ähm was da viele nicht sehen das ist einfach so ähm man gibt so viel auf und gerade wenn man auch einen Pflegedienst zu Hause hat und sowas alle man hat da kein Privatleben mehr da ist nicht mehr ich springe mal eben nackig aus der Dusche und tralala mhm oh man also da hab hab ich sehr drunter gelitten weißt du wenn du abends von der Maloche nach Hause kommst und dann sitzt da einer auf dem Couch Hallo Frau Böls und äh meine Mutter noch dazu das heißt du hast gerade feiernd hast 6 oder 8 Stunden gearbeitet und dann sitzen da zwei die dich vollschwafeln ne aber wirst du aggressiv da wirst du aggressiv da wirst du aggressiv das geht gar nicht nee 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 und dann noch Krankenschwestern die quasi sich dann beim Chef vom Pflegedienst beschweren weil wir im Schlafzimmer dann auch was machen auf 59 Quadratmeter lässt sich das schwer vermeiden dass man auch mal was hört ja ich weiß auch nicht also Frage 410 hast du eine gute Gewohnheit die du jeden empfehlen würdest aufräumen ja also das ist meine gute Gewohnheit glaube ich aufräumen ich räume irgendwie hinter allen und jeden her hier in diesem Haushalt obwohl der Experte sich jetzt schon gebessert hat als ich abends dann immer oder morgens aufgestanden bin jetzt wo ich gearbeitet habe so viel standen die Schuhe wo sie auch hingehören nämlich im Flur und die Jacke hing auch im Flur und nicht überm Stuhl im Wohnzimmer ja wie heißt das immer wer aufräumt ist zu faul zu suchen ne ja ich bin zu faul zu suchen Entschuldigung was habe ich denn hier so Frage 411 was überspringst du in der Zeitung weißen sie ein Politikteil den gucke ich mir dann lieber im Fernsehen an allerdings habe ich schon ewig keine Tageszeitung mehr gelesen weder Bild noch irgendwie Donaukurier hier bei uns oder so nö wird der ja äh, ach sie steht hier immer noch dasselbe drin in der Bild ne Frage 412 was machst du wenn du graue Haare bekommst ja dann bekomme ich ja graue Haare ich färbe ja meine Haare Herrgott kleine Fliege ich färbe ja meine Haare eh immer also ähm, da kann man sagen könnte ja auch grau sein was ist denn das hier ich habe irgendwo eine Wimper die mich stört die mich zwickt. Hallo? Ich hab hier ne Wimper, das ist ganz komisch. Die schaut nach unten. Das ist ganz blöd. Naja. Ja. Genau. Also. Ganz normal weiterleben wie sonst auch. Frage 413. Was war auf deinem letzten Instagram-Foto zu sehen? Foto? Ich mach so selten Foto, aber das war ich. Ich mach eher ne Story. Sorry. Also das war ich mit ein Bild vom Schminki. Ja. 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 Weil sonst mach ich eigentlich immer nur Filme. Stories mäßig. Und ja. Der war nämlich die Katzen wahrscheinlich. Weber. Frage 414. Stehst du lieber im Vordergrund oder im Hintergrund? Naja. Also wenn ich lieber im Hintergrund stehen würde, hätte ich wahrscheinlich keinen YouTube-Kanal. Nein. Also. Ja. Ich stehe gerne nicht im Vordergrund, oder mein Mittelpunkt. Hey. Läuft hier. Nee. Also. Ich hab hier zum Beispiel auch im Spielmalzug immer gerne vorne in der ersten Reihe gestanden. Sagt das immer was für mein Charakter aus? Ich weiß es nicht. Also. Nein. Ich muss nicht immer im Vordergrund stehen, aber durch meine Sprüche, die ich auch immer raushaue, stehe ich da immer meistens im Vordergrund. Und ja. Das irgendwie ergibt sich eins beim anderen und alles von sich selbst. Ach, was weiß ich nicht. So. Wie oft lackierst du dir die Nägel? Frage 415. Gar nicht. Die lasse ich mir nämlich immer machen. Und ich gehe immer so alle vier bis sechs Wochen zum Nageln. Und ja. Hab immer einen bunten Nagel dabei und diese französischen. Ich mag halt diese französischen Nägel. Aber immer schön kurz halt für unsere Arbeit, oder für meine Arbeit, ne. mit Kartonreißen und so und mit langen Krallen kannst du da keinen Blumenstrauß gewinnen. Das funktioniert einfach nicht. Frage 416. Bei welchen Nachrichten hörst du weg? Corinna! Frage 414. Äh, 417. Bei welcher TV-Sendung würdest du gern mitwirken? Baywatch. Ja. Nicht mehr die, die sich aus dem Wasser ziehen. Also nicht die, die über den Strand laufen mit dem roten Anzug an. Das wird keiner sehen. Aber so in TV. Ich gucke ganz selten noch TV. Dschungelcamp, habe ich mal gesagt, würde ich gerne mitmachen, aber nur zum Abnehmen. Aber sonst. Let's Dance. Let's Dance wäre auch was, wo ich gerne mitmachen würde. Absolut gerne. Ich liebe es tanzen. Singen auch, aber das hat ja damit spielt ja keine Rolle. Aber ich liebe es zu tanzen und da nimmst du ja auch ab und ich finde das einfach toll, weil, ähm, obwohl dieses Jahr mich das irgendwie nicht so funzt, mich so abholt. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich finde das einfach toll, dieser Zusammenhalt da und wie die sich entwickeln und, und das würde mich schon reizen. Frage 418. Womit belegst du dein Brot am liebsten? Mit Wurst und Käse. Ich bin keine Süße. Ab und an mal. Da muss ich aber Heißhunger drauf haben, dass ich mal eine Süße bin. Sonst, ich liebe Kammerbär in jeglichen Variationen. Am liebsten außer Hand. Und ich liebe Wurst. Ich liebe Schinkenluft getrockneten, Schinkenluft getrocknete Salami und ich esse gerne Schinkenwurst mit Pilze und, ähm, ja, das ist so meins. Also, lieber ein Stück Fleischwurst, sage ich immer, als ein Stück Kuchen. Ich muss auch, Kuchen muss ich echt Heißhunger haben. Sonst funktioniert das nicht. Frage 418. Womit belegst du dein Brot? Ach, hatten wir doch schon. Frage 419. Was ist deine größte Schwäche? Ich hätte ja früher gesagt, rauchen, aber das ist nicht, jetzt ist meine größte Schwäche, ich sage zu oft, ich sage zu schnell ja und Nasenspray. Das sind meine Schwächen. Ja. Ja, wir kommen schon zur letzten Frage. 420. Wie kumpelhaft bist du? Sehr. Deswegen haben mich die Jungs früher in der Schule auch nie gesagt, ach, mein Steffi, wir haben da gesagt, Nein, da war ich immer der Kumpeltyp. Ich war immer der Kumpeltyp in der Schule. Das haben die Jungs dann auch so gesehen. Ja. Und heute bin ich das auch. Also wer mich als Freundin hat, hat es glaube ich ganz gut. Ich kann böse und zickig werden, aber nur wenn eine andere ätzend auch ist, ne? Oder mir halt auf die Latüchte geht, ne? Dann, ähm, muss ich das auch nicht haben. Aber so, also ich kann, mit mir kann man fernstehen, mit mir kann man unheimlich viel Spaß haben. und, ja, Freunde fürs Leben, glaube ich, sehen das genauso, meine Freunde. Und, äh, ja, ich bin Kumpel, ne, eher Kumpelin. Kumpelin, genau. Kumpel, äh, ich würde sagen Freundin und sowas, ne? Also mir kann man auch alles erzählen und ich helfe auch gerne, wenn ich nicht ausgenutzt werde, ne? Und wenn mir dann nicht hinterher aufs Herzchen rumgetrampelt wird. Aber sonst, ich bin immer sehr hilfsbereit. Ich biete auch jeden eine Couch zum Schlafen an und so, aber, ähm, ich lasse mich halt nicht ausnehmen mehr und, ähm, ja, nicht blöd irgendwie beleidigen oder blöd anmachen oder man hört ja immer über Dritte immer wer weiß was und so, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Naja, also das, äh, war Teil Nummer 20 von 1000 Fragen an nicht selbst, weil da geht es natürlich damit, Teil 21. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ein kleiner Einblick hier so in mein Leben und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, bleibt alle gesund und bleibt, wie ihr seid und passt auf euch auf. Ich hoffe, wir sehen uns morgen zum nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.